Wir müssen ungefähr selber Abbau-Level haben. Haben wir noch Holz? Ja, wir haben noch Holz. Perfekt. Alter Däger, kommst du denn her? Meine Fresse. So, Attacke. Dann attacken wir mal. Das war aber echt eine Goldgrube. Verstehst du? Goldgrube. So viel Gold hintereinander habe ich noch nie gesehen. Warte, eins muss ich noch machen. Steuerung, Sprinten, L-Control. Kann man da nicht irgendwas anderes machen? Alt? Ne. Egal, lassen wir mal so. Nun, denne. Dann geiern wir mal unser Gold, ey. Dann heißt es Däger auf der Stelle los. Was ist da los? So viel Gold. Das sind als Kiesform. Habe ich allgemein noch nie gesehen. Gold als Kiesform. Alter, wird es schon wieder dunkel? Ey, das gibt es doch nicht. Ich bin nicht mal drei Minuten hier draußen. Meine Fresse. Egal, das Gold nehmen wir mal mit. Das ist wichtig. Zack. Alter, wie viel Gold? So, wir wollen nämlich verarschen. Jo. Ah, moin. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt schon mal zurück. Oder auch nicht, weil wir hier runterfallen. Dann pennen wir noch runter. Dann holen wir uns das Gold noch am nächsten Tag. Das ist eine gute Idee. Schnell. Vereilung. Schneller. Los, auf geht's. Hepp, 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 hepp. Auf geht's. Wir schaffen das. Ja. Lol. Er ist so schön hängen geblieben. Vereilung. Ey, die bringen ja gar nichts, die Kartoffeln, die muss ich brennen. Die Karotten hingegen, die bringen es gut. Aber die muss ich braten, hier, die Kartoffel, die Kartoffelkiss. Hepp. Vereilung. Boah, da sind schon zwei Streeper. Geh jetzt mal kurz abgrasen, ob hier noch, vielleicht noch was ist. Äh. Perfekt. Und pennen gehen. Oh, gerade auch so. Puh. Aber wie viel Gold da ist. Es ist so unglaublich. So was habe ich noch nie gesehen. Ach, guck. Ja, ich wusste es. So was habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Zack, zack. Das Gold können wir trotzdem schon mal reinklatschen. Ey. Das restliche Gold holen wir uns auch noch. Gersten. Wir brauchen noch keine Gerste. Wir wollen es noch nicht betrinken. So gut geht es uns nun auch nicht, dass wir uns betrinken können. Ich hoffe, die Tonspur geht, nimmt auf. Ey. Das wäre schlimm, wenn sie nicht aufgenommen hätte. So, da ist der Baum. Ey. Hüpf. Auf geht's zur Kiesgrube. Guckt euch das mal an. Da ist einfach immer noch Gold. Zack. Zack. Rein da. Das ist echt unglaublich. Wie viel Gold? Nochmal 15 Gold aus dem Ding hier rausgeholt. Nochmal 15 Stück. Alter. Wir haben da schon 19 rausgeholt, Alter. Da waren da insgesamt 34 Dinger drin. Lol. Hier wäre eigentlich ein Lucky Block gewesen. Hä? Kam ich von da her? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Da war ich doch gar nicht. Doch. Ah, doch. Ich bin so lang gelaufen. Okay, gut. Ah, okay. Macht Sinn. Dann würde ich mal sagen, lauf mal da lang. Da war ich nämlich noch gar nicht. Also habe ich vergessen, die Kartoffeln in den Ofen zu schmeißen. Egal. So, was da hinten für eine geile Höhle? Ah, war keine Höhle. So. Alter, wie schnell wir das Essen fangen. Was denn die Hungerbalken verlieren, ist unglaublich. Klar, ich bin im Rennen, aber trotzdem. Oh, da. Lol. Alter. Das meine ich. Im Singleplayer findet man nie so viele Dörfer etc. Wie hier im Vieh, wenn man online spielt. Da vorher holen wir uns doch das Eisen. Alter, guckt euch mal, was hier los ist. Ein Haufen Eisen. Ein Haufen Gold. Das ist doch nicht mehr normal. Piss dich. Wozu unter die Erde gehen? Hm? Wozu unter die Erde gehen? Wenn man das alles auch hier findet. Leckt ein bisschen der Server. Aber YOLO. Zack, alles meins. Jawohl, was ist denn das hier für ein Mischmasch? Das Kopper brauchen wir nicht. Guck, da hinten ist schon wieder was, aber ich kann es nicht erkennen. Das ist nicht mehr normal. Erstmal dorthin. Vielleicht gibt es hier eine... Da ist keine Drohe. Vielleicht gibt es hier eine Schmiede. Das wäre geil. Guckt euch mal an. Einfach zwei Inseln hinten nebeneinander. Ja, moin. Hm. Hm, naja. Das ist nicht so spektakulär, das Haus. The Village. Aber je... Oh doch, die haben eine Schmiede, die haben Weingärten. Sag mal, Digga, was läuft bei euch falsch? Was bist denn du für einer? Quecksilber für einen Smaragd. Okay. Ey, guck mal, zwei von... Ey, ich krieg zu viel. Jo, noch einen Smaragd. Ne, war ich gerne mit. Okay, elektrischer Stahl. Eisenbachen. Zinn. Redstone-Legierung. Gummistiefel. Und so'n Stopp. Und so'n Wurm. Neh, war gerne mit. Jo, guck dich den Scheiß mal an. Was ist dat denn? Wat soll'n der Scheiß? Ey, Digga. Ich will da gerne rein. Komm ich da irgendwie rein? Ja, ja, perfekt. Was hat denn der alles? Lol. Der hat alles. Schablonenkäste. Ja, der hat alles. Der hat einfach alles. Und den Pisten hat er. Aber, den lassen wir das. Das ist so'n Standard-Ding. Wein. Trauben gibt's hier. Wär auch geil. Und was ist das denn? Ah, da ist ein Meteorit wieder eingeschlagen. Ah. Oh, Lucky Block. Nice. Das ist meiner. Werde ich den nicht schon hab. Es wird einfach schon wieder dunkel. Guckt euch den Scheiß mal an, oder? Ah, ne. Es ist mitten in der Sonne. Ey, guck mal. Lack. Zwei Lucky Blöcke nebeneinander. Irgendwas stimmt da doch nicht. Jo. Diamantschwert. Diamantschaufel. Ja, moin. Okay, ich hab'n Coin bekommen. Boah, hoff. Wünschen wir mal Glück. Kartoffeln. Kartoffeln. Alter, wie war? Aber wie viel Kartoffeln, ey? Ist ja unglaublich. Wie viel Kartoffeln wir bekommen haben. So, bringen die gebraten. Oh ja, die bringt viel mehr. Halt. Drei. Hahaha. Ich lass mich nicht lumpen. Im Gegenteil. Ich zerstör den, ihr System. Ordentlich Eisenblöcke formen. Tja, scheiße war's. Jetzt haben wir ordentlich Eisen. Äh. Dort haben wir. Ah, perfekt. Alter Däger. Das läuft, würde ich sagen. Dat läuft. Ey, ich muss auf den scheiß Treibsand aufpassen. Kein Bock auf die Minderwertigkeit. So was Minderwertiges ist unglaublich, sag ich euch. Ich sag mal, guffe. Ist das ein Lucky Block? Gehen wir mal hin. Ich glaub nicht, das ist so ein Bienending. Biene oder Lucky Block, aber ich glaub... Ja, so ein Bienending. Na, das Bienending da hinten ist dann dasselbe. Alles Bienending. Alles Biene. Alter, wie viele Bienen warm ist. Hier gibt es unglaublich. Ja. Noch ein Village-Dorf. Ja, moin. Richtig kranker Shit. Gehen wir mal hin. Äh. Kranker Scheiß, ey, sag ich euch. Wie viel Wille... Alter, vor allem wie groß das hier schon wieder ist. Das ist doch nicht mehr normal. Warum spawnen so viele? Ey, das ist schon wieder so ein Schablonen-Ding. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Ey, ich krieg die Gräse. Was ist das für eins? Also ein normales Ding. Und das? Und ein stinknormales. Muss doch auch ein Schmiede geben, oder? Äh, scheint nicht so. Aber so ein Bahnhof-Ding gibt's. Ja, so ein Bahnhof-Ding gibt's. Ist doch nicht mehr normal, wie viele Dinge es gibt. Das ist nicht mehr normal. Nee, nee, nee. Sag ich euch. Was ist das? Ach, so eine Taverne, oder? Ja. Ey, Mr. Speedhack. Jetzt bleib stehen. Danke. Was kriegen wir da? Bier kriegen wir für zwei Emeralds. Bier. Lecker Bier. Salpeter-Erz. Kann ich noch nicht aufsammeln. Wo sind die? Jo. Ich glaub, ich geh mal langsam zurück. weil das ist so schön. Was hat so gehen? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020